In unserem heutigen Video geht es um neue Artikel von Ray Blaser. Und zwar haben die hier verschiedene Aluminiumschienen in verschiedenen Längen herausgebracht. Das Ganze nennt sich Track Loader, Gunnel Track. Und ursprünglich sind die dafür gemacht worden, falls dein Aluminiumboot nicht über werkseigene C-Shape Profile, also es gibt viele Namen auf dem Markt, mittlerweile haben wir uns so eingespielt auf C-Shape, die Neuseelanden nennen das Track. Also wenn dein eigenes Boot nicht über so ein Profil an der Seite oder oben drauf besitzt, kannst du es mit diesen drei Artikeln hier nachträglich nachrüsten. Der Vorteil ist, generell, also sei es Fasten, Ray Blaser oder Scotty oder Rum Mounts, auch viele andere Hersteller gehen immer wieder auf diese Plättchen, die man hier so reinschiebt. Der Vorteil ist, ich kann die Halterung ganz schnell in der Position verändern und die ganzen dann festziehen und dann verschiedene Zubehörartikel dann dort drauf befestigen. Die ganzen gibt es, wie gesagt, in drei verschiedenen Längen. Die jetzt in meiner Hand hier ist die allerlängste Version, das ist die 1 Meter Version. Dann gibt es hier nochmal eine 50 Zentimeter Version und dann noch eine ganz kleine. Die ist dann, muss ich dir mal kurz gucken, die ist dann 30 Zentimeter lang. Ja, Ray Blaser, wie einige auch wissen, hat Ray Blaser vorher auch schon solche Aluminiumschienen gehabt. Die waren aber deutlich größer. So sahen die aus. Und die hatten extra nur für diese Aluminiumprofile Halterungen, die man extra hinzukaufen konnte. Im Grunde ist das jetzt eine neuere Version. Das heißt, man könnte auch genauso die jetzt nicht zum Nachrüsten für Boote benutzen, sondern auch man könnte unten drunter hier so zwei Sterne machen, so wie das bei denen auch der Fall war. und die dann als Profil für ihr Bellyboot, Schlauchboot, man könnte zum Beispiel seitlich auch diese Aluminiumstange über zwei Sterne befestigen und obendrauf dann verschiedene Halterungen drauf montieren und alle Halterungen in der Position verstellen. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich habe jetzt hier einmal die zwei Halterungen von Ray Blaser hier in meiner Hand. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen hier dieses ganz kleine Paket einmal auf und ich zeige euch dann, wie man diese Halterungen hier auf der Schiene befestigt. Okay, dann packen wir uns zunächst einmal die Stange hier aus. Dann gucken wir einmal, was da alles drin ist, also die Stange selber. Und dann gibt es nochmal hier so eine Tüte mit Schrauben. Also die Schrauben sind natürlich dafür da, damit ihr das Teil dann direkt auf euer Boot befestigen könnt. Hier gibt es drei Vorbohrungen. Und dann, ja, hier kann man auch sehen zum Beispiel, wie die Reihenfolge ist. Also unten drunter kommt die Mutter, danach kommt die Gummi-Scheibe hier drauf und obendrauf dann die Schraube. Also das heißt Mutter, Gummi-Scheibe und von hier oben dann die Schraube. Okay, wenn wir diese Schiene einmal am Boot befestigt haben, das können wir natürlich einmal horizontal oder aber auch vertikal, also seitlich am Boot. Dann gibt es verschiedene Halterungen. Das ist einmal diese Halterungen hier horizontal mit diesen zwei Plättchen hier. Die schiebe ich dann von der Seite hier einmal rein. Ich lockere die Schrauben. So, locker noch weiter. Genau. Und kann das dann in der Position verstellen. Das heißt, ich werde jetzt beispielsweise, ich mache den ganz rechts, dann kann ich das mit meiner Hand hier festdrehen, so fest zudrehen. Und dann hätte ich so gesehen eine Halterung an meinem Boot. Bin auch markenunabhängig. Wie gesagt, es gibt von allen Herstellern immer diese Plättchenhalterungen, die man dann zusätzlich hier hinten einfach reinschiebt. Das wäre jetzt diese Variante. Dann gibt es halt nochmal diese Variante hier. Da ist dann die Halterung um 90 Grad gedreht. Die kann ich genauso hier anbringen, über die Plättchen, die ich erstmal locker mache und dann mit der Hand halt anziehe. So, hier dreht das Plättchen mit. Da muss ich einmal nochmal das Plättchen ein bisschen festhalten. Hier genauso. Genau. Und wie gesagt, ganz viele Kajakboote beispielsweise haben von Anfang schon diese Track-Systeme. Viele Aluminiumboote haben auch die Track-Systeme. Und das ist super vorteilhaft. Das heißt, ich mache das Boot nicht kaputt. Ich kann einfach Halterungen dran machen, ohne was zu bohren oder zu kleben müssen. Das ist halt natürlich der riesengroße Vorteil. Das heißt, wenn euer Boot über so Schienen schon verfügt, dann könnt ihr auch die Halterungen direkt dort anbringen. Und wenn euer Boot über nicht solche Halterungen verfügt, dann kann man natürlich das im Nachhinein nachrüsten. Ja, wenn ihr das dann einmal auf dem Boot so eine Halterung drauf habt, dann könnt ihr das komplette Railblaser-Sortiment hier dran befestigen. Ich habe jetzt beispielsweise hier an meinem Routenhalter in meiner Hand und zeige euch das dann mal, wie das funktioniert. Das Ganze hat einen Stern. Dann, ich stecke das hier rein, verriegele das, verriegele das und das Zubehör ist fest. Will ich es wieder entnehmen, entriegele ich das und ziehe das hier wieder raus. Das ist wie gesagt die eine Version. Dann gibt es nochmal die Version, die funktioniert genauso. Hier ist ein Verriegelungsschieber drin. Den öffne ich, kann das Zubehör dann hier reinstecken und kann das hierüber verriegeln. Und was natürlich auch geht ist, man kann diese Endkappen hier entfernen, also die kann man einfach abziehen, das Ganze dann zurechtschneiden. Das heißt, wenn ihr andere Größen benötigt, dann kann man das natürlich auch machen und diese Aluminiumprofilschiene dann kürzen. Die braucht dann eine Metallsäge dafür, kürzt das Ganze, setzt die Kappe wieder drauf und habt das Ganze dann verkürzt. Ja, ich persönlich finde die Idee cool, also ich finde die sogar besser als diese Version hier. Die Halterungen sind auf jeden Fall bombenfest. Ich habe noch nie jemanden gehört, der diesbezüglich hier Probleme hatte. Es gibt auch sehr viele, die Kajaks haben, die auch schwere Monitore, 10 bis 12 Zoll Monitore dran befestigen mit diesen Plättchen. Und durch dieses Anziehen der Plättchen an dieses Profil ist das halt bombenfest. Das wackelt nicht oder so, das ist wirklich bombenfest. Und es können sogar Geräte mit mehreren Gewichten drauf befestigt werden, ohne dass dieses Aluminiumprofil jetzt verbiegen sollte oder so. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen erklären, wozu dieser Artikel taugt. Ganz wichtig zu sagen natürlich, wenn ihr diese Profilschiene da Ray Blaser, also wenn ihr jetzt hier unten Sterne dran befestigen wollt, wie beispielsweise bei der hier, hier sind die Sterne immer dabei gewesen. Bei diesen Packungen sind die Sterne nicht dabei, aber es gibt nochmal so Attachment Adapter heißen die. Da gibt es dann nochmal zwei Ray Blaser Sterne. Und diese zwei Ray Blaser Sterne könnten dann auch mit Hilfe dieser beigelegten Schrauben dann hier dran befestigt werden. Und ihr könntet die ganze Profilschiene dann nochmal auf eine Halterung, beispielsweise macht das Sinn, wenn ihr zum Beispiel ein Schlauchboot habt, um das dann da auf geklebte Ports, diese ganze Schiene zu befestigen. Und das geht natürlich auch. Aber dafür müsst ihr, wie gesagt, diese zwei einzelnen Sterne kaufen und die hier unten drunter dann verschrauben. Dafür sind die zwar nicht gemacht, die sind wir tatsächlich dafür gemacht, um die an festen Oberflächen festzuschrauben. Ich zweckentfremde die beispielsweise auch. Also wir haben zum Beispiel Kamerastative, die wir dann auch an die, also ich habe das zum Beispiel bei mir an die Wand festgeschraubt. Und dann habe ich so Kamerastative, die ich dann immer reinklicke, festmache und dann habe ich dann mehrere Kamerastative nebeneinander hängen. Die habe ich dann in diesem alten System, die werde ich euch dann gleich auch nochmal einmal im Video dann zeigen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.